Musik Liebe Freunde der KHG und auch alle liebenden Studierenden und Dozenten, seien herzlich willkommen zu unserem lebendigen Adventskalender. Ich darf euch heute die Freunde des gepflegten Gesangs vorstellen, die uns zwei herrliche Stücke vorsingen dürfen. Geht's? Gerade so. Auf, lasst uns jubeln dem Herrn, vor sein Angesicht kommen mit Dank. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zu jauchzen den Fels unseres Heils. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, seins sind die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, lasst uns niederfallen und vor ihm verneigen. Lasst uns niederknieen vor dem Herrn, unserem Schöne fern. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Ach, würdet ihr doch heute auch seine Stimme hören. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Benediktatum, benediktatum immolievus, et benedictus fructus ventris muli Jesus. Santa Maria, cura, cura pro nobis, Santa Maria, cura, cura pro nobis, Santa Maria, cura, cura pro nobis, Amen. Ich darf euch einmal im Namen der KHG und der KTHF ganz lieb danken, dass ihr euch heute für uns Zeit genommen habt und so schön gesungen habt. Und so weitere schöne Erlebnisse könnt ihr von Montag bis Donnerstag bis Weihnachten erleben, immer um 13.30 Uhr hier vor der alten Cafete. Ich würde mich sehr freuen, wenn so viele wie möglich immer kommen und zuschauen würden, weil das einfach eine weihnachtliche Einstimmung ist.